Das steht auf Battle of the Barricade. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist scheiße. Das glaubst du nicht. Okay, fang mal an. Erstes Battle. Battle at Burgau. Michael Wojnarowski. Wojnarowicz, sorry. Gegen Patrick Catterley. Die Regeln. Flat ground only. No complies, no implants, no bonuses. Ihr kennt die Regeln, no grabs. Dann, letzter Buchstabe, kriegt zwei Versuche. Und ja, wenn der vorgemacht gepoppt ist, ist der nachgemachte auch gepoppt. Ansonsten ist egal, wie ihr ihn zieht. Da gibt's eine Bedulung, wenn man es außerdem nicht gepoppt hat. Moment. Je nachdem, wie schön der Trick landet, wird entschieden von unserem Referee. Ansonsten, ja, es gibt nur einen Gewinner. Ja. Battle at Burgau. Here we go. Moment. Steinschere, Papier und wer anfängt, auf die Hand. Patrick first. Dann, wenn ihr schon dann... Sitz. 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 S.S. Ouh! Ouh! Oh! Ouh! 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 Ich hab's los! Ich hab's los! Michael hat gewonnen! Ich hab's los! 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 Ich hab's los!